was geht ab und ja weiter geht's mit einem spaßigen part hoffentlich aber ich denke schon das sollte auf jeden fall spaßig werden diesmal ohne ziege das ist ein neues projekt wir haben jetzt eine neue welt betreten vielleicht gibt es da noch ein dave da ist gisela das ist gisela oder das ist gisela ja wir hatten das letzte mal auf jeden fall gisela und dave und jetzt hoffentlich noch mehr was ist das für ein tier ein pelican achtung achtung gisela macht jetzt die schwimmen das ist das gemacht so sieht der gewaschen aus ja aber sowas der geist des pick aber hallo sagen ja ein stück hallo ich bin es der weihnachtsmann einer zu hause ich bin leider ein bisschen früher da hat es gedacht dass sie kein leider heute freundlich darüber dass sie kein schnee oder ist es nicht kalt oh mein gott ja hinterher hinterher wo ist der hin wo ist der hin ne aber der war gerade da da attacke oh geile warte 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 auf unbedingt kannst du dich irgendwie mitziehen oder so da ändert sich dein herrn okay ja die will können auf jeden fall viele leben mal schauen wie lange wie viele maps gibt es eigentlich hier ist das die letzte es gab oh mein gott geht aber runter das sind ganz viele gisela und noch eins das ist gertrud und das ist der sieht aus wie meister joda nur im blau hey wir haben wieder alles geändert holy shit das ist nämlich ein thumbnail weißt du das ist nämlich ein thumbnail ne warte guck nochmal so schau nochmal ja ok gut reicht muss ich um die ganze Zeit nehmen party die sogar wurde entführt Achtung Achtung Party vorbei oh gott oh gott Freiflug jetzt einfach ne Wippenübel rein ne holy shit und blätter da wischen ne nice was ist das hast du gemacht ich hab x gedrückt hast du jetzt die ein nice holy shit holy shit ich glaub wir haben das spiel gebrochen was ist gerade passiert es ist auch als wenn du sie jetzt steuern könntest ja das war wirklich da raus hier haben wir noch eine dichtbare wand oder eh doch dann können wir mal wollen wir mal gehen ja wir gehen mal eine runde ich denke das ist auch schon ein bisschen zu viel oh die shit wir haben nach oben mit uns ach du freut euch das aber wir machen der oberschiss jetzt das war nice was weiß ich wie weit können wir auch ich weiß es nicht oh ach du heilige dann geht das so unendlich lang das wird wehtun oder? es ist aber schon nicht klein also es ist größer als die andere wir haben sehr sehr viel hier zu tun kannst du euch auch beraten? ja ich versuche jetzt gar nicht ich glaube ich stehe auch nicht so gut aus ja aber los was mitzunehmen nimm den mal mit ich wollte die doch nur mitnehmen jetzt wo wir die mütze auf haben da haben wir immer diese musik ja was ist das? hey dich kennen wir doch nicht stell dich mal vor stell dich vor ich glaube er kippt um das ist paul das ist paul wo er es paul gehört hat in dem moment hat er sich umgedreht ich glaube das ist paul paul wir wissen was gut für dich ist was ist denn passiert? hey auf x statt auf einmal übernimm die rolle eines npcs das geht? ich habe mich dann mal gerade eingestellt ich habe einfach nur ein paar knöpfe da gerade in der einstellungsartigen parts gedrückt und nun ja ich habe schon mal was verändert was ist das die jura alt ich habe so einen verjungen zu fahren zu einer achterbahn das ist eine achterbahn das ist eine achterbahn kannst du rein? hält dich mal fest was? du machst was? was ist das? was geht los? das ist halt dann einmal mit der einschneide oh 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 okay die fahrt die fahrt war schneller vorbei als ich dachte deswegen braucht ihr den anschnaller hey in hittburg oh in hittburg warte mal da chillt jemand was ist denn los? oh shit hey das ist daze tans oh ich habe keinen knopf gedrückt aber er springt schon von alleine wieder los hier da will er bestimmt rein in diesen karussell da in diesen drehtein oder auf diesen hipfurt ist das dave? das ist dave wir haben es geschafft leute dave kriegt bestimmt sein schrecken seines lebens oh mein gott die sind schon wieder da oh god das leben war so schön und jetzt oh gott ich dachte mal auf die folge in den baum Dave das ist ein Traum wollen wir? ja dave nicht so schlecht da komm dave komm da ist nicht so schlecht oh gott oh gott dave wo bist du? ich glaube ich glaube dave ist im hohen der ist irgendwie untergedraucht glaube ich doch nicht der ist dave nimmst du den noch mit oder ist der geil oder? dave? oh da ist er oh gott oh gott dave du musst doch nicht gegen du musst doch nicht gegen der Mann ja das folgt irgendwie nix ich mach dir nach und jetzt tanzen wir ok? ach ja leute ich glaube ich habe einen Fehler bekommen ja oh shit viel Schalter ja du kannst dich denn dran nehmen? oh hey kannst du dieses boot bewegen gehen ja? da du mal dave nimm tu mal dave drauf sitzt du mit an das boot warte da hast du wieder mal ein partner ich dave mit deinem letzten partner ja soll ich das machen? die haben noch ein bisschen oder? ja klar warte mal schießt du? hm? oh mein gott jetzt habe ich die idee wie wir die die copter-downburger gegangen warte mal ist das dave? ö bass mhm парtel ne das ist einfache da warte Papa das ist aber was machst du um Wasser? er kann er auf Wasser laufen okay das ist jesus oh mein gott er kann doch tanzen wir haben er ist olaf olaf der 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 hüpfende singende tanzende auf wasser olaf wirst du ich mach doch mal kurz neu starten ok oh hier steht leute ich kann ja noch nicht das ist urlaub 2 ja guck da entspannt sich jemand und wie er sich entspannt bist du runtergefallen er ist hochgelaufen was für götter das hier alle sind die haben alle zu peep mario gesehen mario und sonik ist auch gut ich habe irgendwie das gefühl dass die ab und zu mal götter sind und ab und zu mal und du hast glaube ich die takte hat sowohl die ne das sind glaube ich raketen aua ja sehen oh mein gott ich denke das ist ja was nützliches ja ich bin auch nicht so gut mit der neuen stellung geht gerade aus um mich echt zu sagen ja wir haben vielleicht noch mal die abzunehmen durchlesen müssen aber guck ihn doch mal an der rock richtig arm und der tanzt sogar dazu was passiert wenn man einfach nur quer verdrückt ich glaube ich habe es wieder geschafft ich glaube du bist aber gemerkt im herz ist es immer noch richtig habe ich die ganze hallo wir möchten etwas bestellen ich glaube sie möchte dass sie versteht nicht hallo wir möchten etwas bestellen ah jetzt ist sie dran ich bin gleich da warte wir sind gleich soweit wir hätten gerne ich glaube damit ist die bestelle schon fertig wir wollten doch nur was essen die tanzen aber ja geschäft kaputt gemacht kaputt gemacht die tanzen alle die fallen sich alle darauf das geschäft war wirklich einer der bösen hat bestimmt irgendeine wafia gehört kaputt auf dem haus ok ouch oh god ok jetzt wird es den typen das sind davon ne oh die shit kannst du eigentlich auch lecken oh nein kannst du eigentlich auch nicht mehr die der es wird langsam zeit zu surfen ganz ehrlich kann ich wirklich so gut fliegen die lande ich was ich nur wissen bist du gehen jetzt darauf auf diesen botus kannst du gut also wenn ihr diesen typen da jetzt bei ein typen dann gibt es ja drauf nix und dann der brot du kannst ja fliegen zu steuern können ich hab doch gerade nur gespielt du hast glaube ich das bootzeug gestört das hat ja gerade explodiert ich kann mir das schon überhaupt nicht mehr klar ganz ehrlich unter dem boot ich merke schon werden sieht hier extrem viel ja man sieht hier mehr als vorher was ist das da hinten eigentlich weiß es nicht ich bin ja gleich hier ok leute ich würde mal sagen wir hören erstmal auf wir haben schon 20 minuten erreicht schaltet hoffentlich im nächsten mal ein nein das ist die die abmoderation die man immer sonst macht ich habe gesagt ich habe gesagt bis zum nächsten mal wieder experimentiert trotzdem noch mal ein bisschen mit der abmoderation die wir immer jetzt nehmen ja du hast du jetzt wirklich auf die einen geeinigt und nichts anderes mehr willst du denn noch ein paar andere ausprobieren umso schneller umso besser können wir es üben ok leute ihr habt es hier gehört bye ich mag euch nicht mehr doch tut ja wohl okay 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 okay